Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Wieder mal auf der Jagd nach Stuff. Schauen wir mal, vielleicht mit etwas Glück erwischen wir einen Elch. So abwechseln mal, das ist jetzt auch nicht gerade häufig. Ja. Fuchs, 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 fuchs. Okay, jetzt noch immer zwei Sternen. Oh, na, gut, na. Okay. Ja! Ja, beruhig dich, ich will kein Enid da oben. Ich wollte nur schauen, was da unten abgeht. Ja, beruhig dich. Das ist noch weit. Oh, ja, das ist noch ein ordentliches Stück zum Reiten. Das ist noch einen halben Weg oder so. Mann, Mann, Mann. Vielleicht sollten wir da auch in und wieder mal auf das Schnellreisesystem zurückgreifen. Zumindest wenn wir quer über die ganze Karte wollen. Oh, gibt's schon wieder einen Tipp für eine Kutsche. Hey, hey, hey. Nope. Und es wird Nacht. Kajuten. Bär. Hey, woher ist du hin? Bois. 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 Hm, kann man nochmal sehen, ob das hier noch kaum hat. Wildschweine, super, du verdammtes, dummes, dummes, dummes Pferd, ja, weißt du was, stürb am besten einfach, meine Fresse, töten, hey, genau, man, nicht dein Ernst, wieso sind die Viecher so bescheuert und dumm. Okay, nehmen wir noch drei Sterne, tschuldigung, vielleicht haben wir jetzt Glück und kriegen mal das Geweih. Ah ja, oh, Pity, Geweih, da haben wir es ja. Dummes Tier. Okay, ja, leider kein Elch, aber immerhin. So, schauen wir mal, ob da vorne vielleicht irgendeinen Bieber gekommen ist. Pekingente, super, die nehmen wir mit Sweet Chili Soße oder sowas, bitte. Und dann Eierreis. Biber, Biber, shit, was nehmen wir für ein Gewehr? Ja, nimmst du das halt vielleicht auch. Der Schuss muss echt sitzen. Schaut gar nicht. Da hat noch einer. Ah, wieder. Warum verliert er dann einen Stern? Ein Vermittgewehr reicht ja nicht. Aber da hinten ist zur Not noch einer. Muss immer ein bisschen aufpassen. Aha, aha. Da sind sie. Und da drüben ist ein Fischer. Da ist die Frage, wenn die schwimmen, kommen wir dann irgendwie an die Fälle ran oder nicht? Oh ja, schwimmen nur rüber, schwimmen nur rüber. Oh ja, schwimmen nur rüber, schwimmen nur rüber. Da drüben sind auch noch Biber. Das ist ja nicht so gut. Da ist noch ein Drei-Stern. 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 Da muss ich irgendwo dort sein. Ja, los geht's jetzt. Der Fisch will immer da drüben. Können wir da mit dem Pferd ins Wasser? Oh ja, das Pferd kann schwimmen. Wie man das sieht. Und dann muss man sich schauen, dass es gerade untergegangen ist. Aber vielleicht kann man sich so am Land treiben. Schnell zum Ufer. Oh ne, jetzt kommen wir hier nicht raus. Gut, ich muss absteigen, ich muss absteigen. Was drum sind Wölfe? Hey. Gib das quer her, gib das quer her. Shit, shit, shit. Der muss sitzen. Der muss sitzen. Der muss sitzen. Schlange. Oh, wir haben da einen Wolf, das ist wichtiger. Wo ist der? Genau den sehen wir nicht. Das ist ein Scherz, oder? Ihr wollt mich einfach nur verarschen. Da ist er. Headshot. Ah, das ist das falsche. Oh. Das hat sie leider an der falschen Adresse bei mir. Nein, nicht. Folter, eigentlich kleinen ganzen Mitnehmer, aber okay. Mach mal einen Anflug. Oh ne. Scheiße, nein. Ja, das verbiete Fell an sich brauchen wir ja nicht. Und das Geweih haben wir auch so. Und der Wolf hier ist deutlich seltener. Die haben sie auch erst einmal erledigt. All right, boy. Dammt, aber das heißt doch jetzt auch, dass wir zurückkehren müssen. Das ist jetzt richtig ätzend. Das ist jetzt richtig ätzend, dass wir zurück müssen. Weil es ein sehr weiter Weg ist. Und der ja nicht verwesen soll. Sonst haben wir nichts davon. Ach, man. Das ist jetzt richtig ätzend. Ja, gut, dass wir den haben, aber... Jetzt kommen wir den ganzen Weg wieder zurück. Oh, man. Genau den Wolf. Alles andere haben wir gar nicht geschafft. Oh, das ist doch ein Appfer. Oh, das ist doch ein Appfer. Und wieder den ganzen Weg zurück. Ja, der in der Situation rauchen halt, ne? Ja, der Part ist ja auch fast zu Ende dann. Wir werden uns im nächsten Part wahrscheinlich dann im Lager wiedersehen. Beziehungsweise, ne, ich werde das am Ende dann cutten. Dann müssen wir so am Ende noch dranhängen, wenn wir dann im Lager sind. Damit das Ganze gleich erledigt ist. Oder auf gar keinen Fall irgendwie verwest oder so. Mann, kein Elch. Was wir Bittefell einmal dort lassen müssen. Nicht gut, nicht gut. Oh, die schon wieder. Und schon wieder. Immer wieder dieser Penner. Oh, die schon wieder. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ein langer Weg vor uns Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Gut Bitteschön Rapidige Weihe, bitteschön So Sehr gut Ähm, was haben wir hier? Na, das schauen wir uns nicht an den nächsten paar Tagen erst Weiter, ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage, bis zum nächsten Mal Ciao Oh